Hier sehen wir einmal die 18-4-3-4 mit dem einen Luxuszug, das ist der Rhein-Bolch. Und da kommt der zweite Luxuszug, gezogen von einer schönen Belgierin. Das ist der Mono 50-20, der Orient Express. Musik Und hat einen MFX-Decoder bekommen. Musik Deshalb hört man noch das Knurren von diesem alten Motor. Das macht eben auch den Charme dieser alten Lok aus. Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's.